hmm was übersehe ich jetzt chat ist jetzt durch magische Weise irgendwas mit der Brücke passiert stimmt nicht aaaaah also so schwer ist das game ja nicht so viele Rätsel hat das ja nicht so anders hoch ich mach das schon also nicht hier hoch vermute ich mal ich glaube nicht dass die Tür auf einmal aufgeht ah ja mensch schön versteckt die scheiße sollte wahrscheinlich der abgestürzte Heli so ein bisschen den Weg weisen achso scheiß Headcraps oh ja oh ja darauf habe ich richtig Bock wo ist er der hopp hopp ja ha ups Explosion what the fuck ähm geben sie laut wenn sie noch da sind Koala Kyrian was ist denn dein Problem nein 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 ach 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 so hopp es ist irritierend dass man im Sprung äh im Sprung rückwärts straven kann ah schöne Falle Entwickler danke dafür ich mache es einfach mit der MP weil ich die Munition einfach habe meistens äh fündliche Munition dafür 1312 hat Koala versucht zu triggern ähm es ist ja schon 20 Minuten später kann sein dass er gar nicht mehr da ist oh ok jetzt nix oh was ist denn hier passiert ich mache das immer fuchsig wenn es so einen Haufen Scheiß gibt ihr könnt die Szenen nicht triggern gerade Simi ähm ich habe den Trigger ausgeschalten ich gebe euch dann die Coins zurück beim Singleplayer Modi habe ich die aus die Benachrichtigung oh oh nur zwei scheiß nein wir wollen nicht hoch ich sagte wir wollen nicht hoch ach was ich würde mal behaupten das ist irgendwo über uns in welchem Szenario macht man sowas brennende brennende Fässer einfach irgendwo runter kippen in der Trump State mit nichts sehr gut das äh da ist natürlich recht Simi so was zum Henker hat er sich gerade weggeduckt ja dann was ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Situation wie man das gerade sieht was zum Henker ist das ein verdammter Panzer also ich fasse jetzt noch einmal zusammen der Typ hat gerade Augen im Hinterkopf gehabt oder was hat mich gesehen was ist denn ist das das ist mein Mike ok ich lieb's dieses hoch und runter geklettert ist einfach abgeprallt das scheiß Ding ich raste aus ich verstehe es nicht warum ich raste aus was der Panzer macht mich fertig, ne? Oh Übrigens ist ein massiver Container hier Den kann auch ein Panzer nicht kaputt machen Ich sollte das ausmachen Was war das denn jetzt schon wieder? Das Aiming von Tarkov zieht sich weiter Also Sag mal so Höchster Schwierigkeitsgrad Ja Ernsthaft jetzt Höchster Schwierigkeitsgrad Ist schon ein bisschen anstrengend Hier Die Poweranzeigen sind manchmal auch ein bisschen komisch Der sagt dann halt immer nach jedem eingesammelt Wie viel du hast So Da ich natürlich wieder nicht mit der MP5 geschossen hab Werde ich ja keine Munition finden Ja ne Das war's dann auch schon wieder Schlosser hier aufgemacht bringt mir aber nix Oh ja Also meistens kriegt man sofort seinen scheiß wieder ne Man muss halt nur überleben Dann kann man sich eigentlich wieder restocken Das Ding war Ich bin gesprungen Ich bin gesprungen ich schwöre es Das Ding ist wohnt Okay Da oben auch komm ich da rein Nein aber hier gibt's theoretisch Munition So warte mal das war glaube ich grün So warte mal das war glaube ich grün Komm bestimmt keiner durch ne Jetzt auf Okay Schaden macht klug Ah ja Hat mich jetzt der Panzer getroffen Ja ne Einfach Klonk Ins Gesicht Oh man Also Panzer sind schon Hardcore Ganz ehrlich Ist hier eigentlich die Autos Oh süß Mr. Freimann hier Hallo Das klang sehr nach nem Granatwerfer Ja Nee es war einfach ne Einfach ne Handgranate Und das andere war ne Schrotflitte Die irgendwie wie ne Luftpumpe klang Ich muss sagen Die Klima rettet mir den Urlaub Ne Ist angenehm kühl Kannst du wissen Da könnte man ein paar Granaten erfen What happened here Okay Ach neue Viechers Kurz gedacht das wäre Das wären die Assassinen gewesen Haben sich ja gut zur Wege gesetzt Und immerhin Oh Das waren vier Mann Okay Okay Oh 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 Was schon tot Klick Ist hier alles vermint Ich frag für nen Freund Ein Überblick verschaffen Da kommen wir nicht durch Hier ist nichts vermint Hier ist nichts vermint Okay Chat schaffen wir das Oh Krass Okay Ich hab trotzdem Schaden bekommen Wollt ihr mich verarschen Wo ich um die Ecke stand Leute Nicht weiter kriechen Zum Niedrig Ich will nur mal gucken Ob wir den theoretisch treppen können Ich hab ihm das Medipack vor der Nase weggeschnappt Das will ich natürlich nicht Ist klar Jetzt nicht Nein Man hilft Er hat's nicht geschafft Er hat's nicht geschafft Heht ihr mein Bein Nein Also Nochmal Ich will das unbedingt probieren Wir müssen versuchen Scheiß hat das jetzt überschrieben Ganz schön gemein Ich versuch's nochmal Was Ja nun Wenn ich jetzt kein Damage bekommen hätte Hätte ich das Medipack aufheben können Ich will das unbedingt probieren Wo ist denn der letzte Schläucherpunkt Hier hinten Wieso zum Henker Na ja gut Dann hätte er vielleicht Also hätten wir es ihm vielleicht geben können Was da Dann An An